Hallo, hier ist Astrid von Kenhub und ich begrüße dich zu einem neuen Tutorial. Dieses Mal dreht sich alles um die Kaumuskulatur. Mal abgesehen von deinen Zähnen und auch deiner Zunge, gibt es bestimmte Muskeln, die den Verdauungsvorgang durch ihre Bewegungen einleiten. Die Musculi Masticatorii oder, wie du in der Überschrift gesehen hast, die Kaumuskulatur. Sie ermöglichen Bewegungen des Kiefergelenks, das sich genau hier befindet. Aber was bedeutet der Begriff Mastication eigentlich? Er beschreibt den Kauvorgang, bei dem Essen in der Mundhöhle zerkaut und zermahlen wird, bis aus kleineren Stücken ein schlugfähiger Bissen, ein Nahrungsbodus entsteht. Dieser Bissen kann nun einfach verschluckt und im Verdauungstrakt weiter verdaut werden. Im weiteren Verlauf wollen wir uns nun mit den am Kauvorgang beteiligten Muskeln beschäftigen. Es sind insgesamt vier Stück. In diesem Tutorial decken wir sowohl deren Ursprung und Ansatz, als auch Innovation und deren Funktionen ab. In grün dargestellt siehst du nun den Musculus masseter. Von allen Kaumuskeln der Kaumuskulatur liegt er der Oberfläche am nächsten. Er sieht aus wie ein dicker, rechteckiger Muskelstrang, der aus zwei Anteilen besteht. Beide Teile haben ihren Ursprung hier, an diesem Teil des Schädels, am Jochbogen. Da wäre zum einen der oberflächliche Teil, die Pars superficialis, hier links im Bild. Beachte übrigens, dass du dir den Teil des Schädels gerade von hinten ansiehst. Und rechts im Bild daneben siehst du den tiefen Teil des Muskels in grün, die Pars profunda. Die Pars superficialis wird hier aus der lateralen Ansicht des Schädels gezeigt. Ihr Ursprung liegt an den vorderen zwei Dritteln des Jochbogens. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf canhub.com an. Für unsere Canhub Premium Mitglieder stehen noch viele weitere Video-Tutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klick auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie. Also, klick auf den Button in der Mitte, um das Video in der Mitte, um das Video in der Mitte.